Dem FC Bayern fehlen die Lieder, Trainer Duchel hat ein echtes Führungsproblem. Manuel Neuer und Thomas Müller verletzt, Joshua Kimmich und Leon Goretzka geschwächt, der FC Bayern hat Management-Probleme, und Trainer Thomas Duchel hat seinen Anteil daran. München, Nummer 6, Stürmer und Ersatz der Wart für Manuel Neuer, das ist die Wunschliste von Bayern-Trainer Thomas Duchel für diesen Sommer. Bisher hat der Trainer jedoch nur einen dieser Wünsche erfüllt. Nüchtern, und äußerst problematisch kurz vor dem Bundesliga-Start am kommenden Freitag gegen Werder Bremen. Denn ohne Führungskräfte in diesen Schlüsselpositionen gibt es keine Dreh- und Angelpunkte, sie sind aber notwendig, um auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein. Dies zeigte sich auch bei der 0-3-Niederlage in Supercup gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende, als die Mannschaft ohne Konzept und Führung auftrat und einen verstörenden Eindruck hinterließ. Alderba, Thiago, Lewandowski, der FC Bayern gibt die alten Säulen auf. Im Bayern-Triple 2020 Beispielsweise sind die Stützen von hinten nach vorne Neuer, David Alderba, Thiago, Thomas Müller, Robert Lewandowski. Keine dieser Stars ist derzeit auf dem Feld. Alderba, Thiago und Lewandowski sind allesamt genesen, auch Neuer, kurz überstandener Beinbruch, und Müller, Hüftprobleme, legen immer häufiger Pausen ein. Der Routinier ist ohnehin nicht mehr der zehntgesetzte Spieler, Jamal Musiala hat ihn überholt. Die gebrochene bayerische Achse führt unweigerlich zu Führungsproblemen. Auf dem Feld, aber auch draußen. Ein Beispiel? Während des Tegernsee-Trainingslagers hatten die Münchner Mühe, einen Spieler zu finden, der öffentlich sprechen konnte. Nach Neuer und Müller, wer verkörpert diesen FC Bayern wirklich? Müller und Neuer trainierten die meiste Zeit getrennt an der Säbener Straße. Und bei vielen Stars gab es Gerüchte über Spaltungen, sodass sich niemand dazu äußern wollte, außer Trainer Tocheln. Und so haben sie sich gefragt, wer wird diesen FC Bayern wirklich verkörpern, wenn Müller und Neuer, deren Verträge 2024 auslaufen, nicht mehr da sind? Zukünftige Zahlen fehlen, sagte Sky-Experte Didier Hamann mit Blick auf die aktuelle Aufstellung. Aber man braucht zwei, drei Spieler, damit es weitergeht, wie Alderba, Neuer, Müller. Ich dachte, Goretzka könnte so eine Rolle übernehmen, beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft. Aber er hat es getan. Tu das nicht. Er versuchte, außerhalb des Spielfelds mehr Wirkung zu erzielen. Und Kimmich ist umstritten. Schwierig. Thomas Müller und Manuel Neuer, großes Fragezeichen für den FC Bayern. Goretzka wurde von Tochel degradiert? Um sich auf die Suche nach einem Ersatz vorzubereiten, Kimmich erfuhr vom Trainer, dass er keine echte Nummer 1 sei. Dies untergräbt die Position der beiden der FB-Stars, die eigentlich als Top-Spieler in die Fußstapfen von Neuer und Müller treten sollten. Im Moment ist das nicht so. Defensiv-Chef Matthias Delitt, 23, ist für die Rolle am besten geeignet. Bei Goretzka könnte Hamann über einen Verzicht nachdenken, obwohl er den Mittelfeldspieler grundsätzlich lobte. Er hat die Fitness, die Schnelligkeit, kann dribbeln. Aber er schießt zu wenige Tore. Dafür zu wenig Einfluss auf das Spiel. Ich habe gehört, dass er kein guter Ersatz ist. Das ist auch nicht Müllers Paraderolle, sondern die neue Realität. Er wird ein zusätzlicher Spieler sein. Die Spieler von Thomas Müller werden in dieser Saisons nicht stattfinden, sagte Hamann, der ebenfalls nicht an eine Rückkehr Müllers im September zum DFB glaubt. Vielleicht wird er es im Februar brauchen oder? März nächsten Jahres. Für EMs Familie. Doch für Neuer gibt es noch ein großes Fragezeichen.